Mein Name ist Marc Goldbach, ich bin 36 Jahre alt und Teamleiter bei der Firma ETAG von einem Embedded Software-Entwicklungsteam mit ca. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier am Standort in Fulda. Wir entwickeln Software für Steuergeräte der zukünftigen Fahrzeuggeneration, also von der Konzeptphase bis hin zur Serienproduktion. Uns verbindet der Wunsch, nicht ein Leben lang das Gleiche zu tun und die Fahrzeuge der zukünftigen Generation mit unseren Ideen mitzugestalten. Deshalb ist das Tolle an unserem Job, dass er sehr abwechslungsreich ist und dass wir jeden Tag mit neuen Problemstellungen konfrontiert werden. Für uns gibt es die Möglichkeit von Sabbaticals, flexibler Arbeitszeit und mobiler Arbeit. Das macht es für mich einfach, mein Familienleben und Berufsleben miteinander zu kombinieren. Zusätzlich zu den 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigen wir immer so zwischen zwei und vier Studenten parallel. Um unsere Studentenprojekte so praxisnah wie möglich zu gestalten, haben wir ein Modellfahrzeug angeschafft. Das ist ein kleines Kidscar, was wir von Schritt zu Schritt zu einem autonomen Fahrzeug verwandeln. Das macht viel Spaß, das auch seiner Familie oder seinen Bekanntenkreis mitzuteilen, wenn man zum Beispiel eine Software für ein Steuergerät in dem Fahrzeug, was gerade an einem vorbeifährt, mitentwickelt hat. Das macht viel Spaß, das wir von Schritt zu einem tun haben. Das macht viel Spaß, das ist einをüb李, der an der Grafik und seinen Bekannten und Im Augenblick überfällt uns, dass wir das Einladen haben und wir das dann wiederholfen haben. Das macht viel Spaß, das ist ein unüblicher Benutzer von einem